Risikomanagement und Prozessmanagement gehören eng zusammen. Und wenn Sie die vorgehenden Tipps zum Risikomanagementprozess durchgeführt haben, dann haben Sie jetzt eine Matrix, auf der Ihre Risiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß geordnet sind. Aber was passiert jetzt? Wie gehe ich jetzt mit dieser Erkenntnis um aus dieser Matrix? Und welche Handlungsoptionen habe ich denn jetzt eigentlich? Und wie man aber auch dann ein ganz umfangreiches Risikoinventar in den Griff bekommt, das verrate ich in diesem Video. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Wenn Sie dem Risikomanagementprozess bisher gefolgt sind aus dieser Playlist, wie wir Ihnen jetzt in den vergangenen Videos alles besprochen haben, dann stellt Sie doch jetzt die Frage, wie man mit seinem bewerteten Risikoinventar eigentlich umgeht. Und dieses Risikoinventar kann also abhängig von der Unternehmensgröße auch durchaus mehrere tausend Positionen beinhalten. Also eine lange, lange Liste, die bewertet ist nach Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit. Dann ging es ja auch um die Völlständigkeit, aber niemand ist natürlich in der Lage, jetzt sinnvoll mehrere tausend Risikopositionen auf die gleiche Art und Weise zu behandeln. Also am Ende von dem Video verrate ich Ihnen noch einen Punkt, der vor allem dafür ganz enorm wichtig ist und Ihr gesamtes Risikomanagement zum Scheitern bringen kann, wenn man nicht beantwortet. Aber das ist das Beste zum Schluss. Jetzt machen wir zuerst das Thema Handlungsoptionen. Wie geht man denn mit seiner sinnvollen Risikosteuerung entsprechend um? Da gibt es vier Handlungsoptionen oder auch Normstrategien oder Basisstrategien genannt. Und diese vier sind einmal die Risikoakzeptanz, die Risikoverlagerung, die Risikoverminderung und die Risikovermeidung. Jetzt starten wir mal mit dem Thema Risikoakzeptanz. Was bedeutet es jetzt wirklich? Bei der Risikoakzeptanz nehmen Sie einfach, aber bewusst in Kauf, dass das entsprechende Risiko eintreten kann. Und da die Auswirkungen in der Regel niedrig sind, können Sie das auch verkraften, beziehungsweise Sie können es sich leisten, nichts zu tun, weil der Aufwand für ein aktives Risikomanagement in diesem Fall von dem Risiko höher wäre als der zu erwartende Schaden. Also die Risikoakzeptanz ist die Risikonormstrategie für alle Risiken, die in ihrer Matrix, deren Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß gering sind. Und nochmal ganz deutlich, Risikoakzeptanz ist aber eine bewusste Entscheidung, dieses Risiko einfach hinzunehmen und nichts zu tun. Risikonaivität, also Risiken nicht zu identifizieren und nicht zu bewerten, das ist ganz was anderes und das ist brandgefährlich. Das sollten Sie also wirklich deutlich unterscheiden. Ich akzeptiere ein Risiko, ich habe es mir aber angeschaut, ich habe es bewusst bewertet und aufgrund von dieser Analyse und von dieser Bewertung habe ich entschieden, nichts zu tun. Das ist völlig in Ordnung. Aber sich überhaupt nicht der Risiken bewusst zu werden, das ist Risikonaivität. Risikovermeidung war die zweite Normstrategie und das ist die Normstrategie für alle Risiken, die sich im absoluten Gefahrenbereich der Risikomatrix befinden. Also in dem Gefahrenbereich, der durch eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit und durch ein hohes Schadensausmaß gekennzeichnet ist. Und durch die Risikovermeidung versuchen Sie, die Eintrittswahrscheinlichkeit auf 0 oder nahezu 0 zu senken, weil Sie kaum Möglichkeiten haben, auf das Schadensausmaß wirklich Einfluss zu nehmen. Wenn also das Risiko des Scheiterns bei der Eroberung von einem neuen Markt sehr hoch ist und dabei ein sehr großer finanzieller Schaden entstehen kann, weil es zum Beispiel hohe Investitionssummen erfordert, diesen Markt zu erobern, dann sollten Sie eben diese Entscheidung, in den neuen Markt einzutreten, genau zu überdenken. Und wenn Sie diesen Markteintritt aufgeben, dann senken Sie jetzt in diesem Beispiel eben die Eintrittswahrscheinlichkeit für das Risiko, da zu scheitern, auf 0, weil Sie sich ja im Vergleich zum Status Quo, dass Sie an Ihrem bestehenden Markt einfach bleiben, wenn nichts wirklich ändert. Das ist eine ganz typische Risikovermeidung. Und ein kurzer Tipp auch, wenn Sie jetzt das Risiko vermeiden möchten, die neuesten Videos zum Thema Risikomanagement zu verpassen, dann abonnieren Sie doch jetzt gleich unseren Kanal. Damit vermeiden Sie dieses Risiko. Bei der Risikoverminderung ergreifen Sie Maßnahmen, die die Eintrittswahrscheinlichkeiten des Schadens ausmacht, senken, aber nicht völlig eliminieren. Wenn sich also ein Risiko nicht vermeiden lässt, dann ist die Risikoverminderung eigentlich die nächstbeste Normstrategie, um damit entsprechend umzugehen. Und Beispiele sind eben hier zum Beispiel der vorbeugende Brandschutz im Unternehmen. Durch ein professionelles Brandschutzkonzept senken Sie die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass es überhaupt brennt. Und wenn es brennen sollte, reduzieren Sie die Ausbreitung von Feuer und erleichtern die Rettung von Menschen und Tieren und Sachwerten. Also ist der vorbeugende Brandschutz ein typisches Beispiel dafür, wie man Risiken vermindern kann, nämlich die Brandgefahren im Unternehmen mit großen Schäden. Und ein weiteres Beispiel dafür ist zum Beispiel auch eine professionelle Datensicherungsstrategie. Und damit vermindern Sie einfach sehr, sehr deutlich den Schadens ausmacht eines Datenverlusts, weil sich die Daten, die Sie eben professionell gesichert haben, vielleicht noch einen entsprechenden externen Speicherort, sich einfach wiederherstellen lassen. Und auch Versicherungen senken des Schadensausmaß, weil Sie ja üblicherweise eine finanzielle Kompensation für den Schaden entsprechend erhalten. Und dann gibt es noch die Strategie der Risikoverlagerung. Die letzte Handlungsoption, die ich Ihnen hier entsprechend mit vorstelle, um kritische Risiken aus dem Risikoinventar sachgemäß zu behandeln, ist die Risikoverlagerung. Und dabei versuchen Sie, das Risiko an jemanden anders zu verlagern, für den das Risiko vielleicht geringer ist als für Sie selbst. Und dazu habe ich auch wieder, weil das manchmal ein bisschen unklar ist, was das heißt, drücke ich da jemandem was auf und der Hand hat ein Problem damit. Nein, zwei Beispiele, was damit wirklich gemeint ist. Damit es wirklich verständlich wird und wenn es dann auch verständlich geworden ist, dann geben Sie mir doch mal einen Daumen hoch für dieses Video. Und ansonsten, wenn es unverständlich sein sollte, dann schreiben Sie es mal unten in die Kommentare rein. Wir greifen das gerne alles auf. Also Beispiel 1, wenn Sie Ihre Daten von einem eigenen Server in Ihrem Unternehmen speichern, dann könnte die Gefahr, dass der Server durch einen Brand zerstört wird in Ihrem Unternehmen, was einfach brennt, höher sein, als wenn die Daten auf einem Server in einem professionellen Rechenzentrum gelagert werden, was genau für solche Vorkommnisse spezielle Vorkehrungen getroffen hat. Da sind also Brandlasten zum Beispiel ganz anders bewertet, als was das in den normalen, üblichen produzierenden Unternehmen zum Beispiel ist. Sie haben auch andere Brandlöschanlagen zum Beispiel, die können zum Beispiel mit Kohlendioxid entsprechend das Feuer ersticken und haben eben keinen Löschwassereinsatz, damit eben den sensiblen Elektronikgeräten dann nichts passiert. Also ist das Risiko, wenn Sie das ausgelagert haben, ein professionelles Rechenzentrum, vielleicht geringer, als wenn Sie das selber machen. Obwohl es eigentlich Brand das gleiche Thema war. Und das zweite Beispiel, wenn Sie jetzt Tanks haben zum Beispiel, wo Sie irgendwelche Rohmaterialien drin lagern oder wenn Sie jetzt in der Bereichsortel der Wein- und Bierproduktion zum Beispiel sind, haben Sie auch entsprechende Tanks, die müssen ab und zu mal gereinigt werden. Und wenn Sie Tanks zu reinigen haben, dann ist das ja erstmal eine relativ gefährliche Aufgabe für die Leute, die in diesen Tank da wirklich reingehen müssen und den entsprechend reinigen. Aber es gibt auch ganz professionelle Tankreinigungsunternehmen, das ist deren Kerngeschäft, Tanks zu reinigen. Und deswegen kann es bei einer Risikoanalyse eben sinnvoll sein, dass wenn Sie nur ab und zu mal einen Tank zu reinigen haben, diese Aufgabe, die für Ihre Mitarbeiter potenziell sehr, sehr gefährlich wäre, weil einfach die Erfahrung fehlt, weil da vielleicht auch die Ausrüstung und die Schulung und Ähnliches vielleicht nicht ganz so optimal ist, wie wenn es ein professionelles Tankreinigungsunternehmen wäre, die können Sie beauftragen und damit lagern Sie eben dieses Risiko aus. Sie verlagern es an einen Dienstleister, der damit aber anders umgehen kann. Jetzt haben Sie vier Basisstrategien kennengelernt, wie Sie mit den bewerteten Risiken umgehen können, damit Sie wirklich die kritischen Risiken nicht aus der Bahn werfen. Kennen Sie noch weitere Strategien, wie man mit Risiken umgeht oder haben Sie gute Ideen dazu? Schreiben Sie mir das doch mal als Ihre Erfahrungen in die Kommentare rein. Risikomanagement ist meistens nicht ganz so populär, trotzdem ist es ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube auch, dass es sichtbar werden sollte, welchen Wertbeitrag Risikomanagement im Unternehmen leistet. Deswegen schreiben Sie es in die Kommentare rein, wie Sie darüber denken. Ich freue mich auf die Antworten und wir greifen Sie auf jeden Fall auch auf. Und jetzt am Ende vom Video habe ich Ihnen noch einen ganz wichtigen Punkt versprochen, den Sie unbedingt beachten sollten. Und an dem hängt wirklich der gesamte Erfolg von Ihrem Risikomanagement und Ihren Bemühungen dazu. Aus diesen vier Basisstrategien leiten sich ja Maßnahmen ab. Sie müssen also Dinge tun, um Risiken zu verlagern, zu vermeiden oder zu vermindern. Und um diese Maßnahmen braucht es natürlich klare Verantwortlichkeiten und ein Erledigungsdatum. Also wer verhandelt denn mit der Versicherung zum Beispiel, um ein bestimmtes Risiko zu versichern? Oder wer sucht denn den Lieferanten, um dem bestimmte riskante Tätigkeiten übernehmen kann und Sie damit das Risiko auslagern? Solange Sie Ihre Risiken nur identifizieren und bewerten, ändert sich an Ihrer Risikoposition und damit an der Gefahr für Unternehmen erstmal gar nichts. Sondern Sie müssen durch Maßnahmen diese Risiken einfach dann senken, sogenanntes Mitigieren von Risiken. Und es ändert sich eben erst, wenn Sie diese Maßnahmen erfolgreich umgesetzt haben. Und das sehen wir uns an im nächsten Video, bei dem es um die Überwachung und um die Kontrolle geht. Herzlichst, Ihr Axel Schröder